und null dann speichert man die letzten fünf minuten okay okay interessant so ich habe meine ep die mein ep defizit habe ich jetzt am wald aufgearbeitet ich noch gar nicht kannst du shelter herstellen also die kleidung ja für mich einmal für dich viel zu wenig faser erwarte mal ich mache jetzt eine kiste dann lege ich dir die faser hin und ich habe das mir du hast mir ja alle faser gegeben ich möchte sowieso noch eine kiste haben für das oxy neben dem oxytometer oder keine ahnung wie man das ding nennt ja möchte gleich geben warte mal eine knochensichel kann ich herstellen das war doch irgendwas da klingelt irgendwas bei mir mit der knochensichel kann man mehr fasern abbauen also wenn du die büsche nicht einsamen sondern mit der knochensichel dann ich habe jetzt irgendwie locker easy mal so drei vierhundert fasern gemacht ja das geht relativ schnell aber dauert hat auch eine runde eine kiste herstellen bitte so deploy kannst du eine kiste machen indem du nur kisten stapelst rein schmeißt theoretisch ja aber ich muss jetzt zuerst ein bisschen platz bekommen faser da brauche ich gerade nicht weizen nicht waldbeeren kann ich mal essen alles soja bohne ich mal hier rein ja rein dass da rein so also dann kann ich ja jetzt hier wie viel stück brauchen 12 brauche ich noch zwei davon die frage ist irgendwie zwei was machen wir den ganzen ressourcen also es ist immer wichtig in ressourcen vorrat zu haben nein wir werden schon irgendwann mal in den struggle rein kommen schon wieder falsch kannst du mir noch eine truhe basteln und mir hinschmeißen wenn das geht ich habe kein holz mehr okay ich ja hier kannst du haben ich bitte um truhen sind am herstellen dauert so eine zeit aber das gibt ordentliche p hast du zufälligerweise noch 40 leder und 20 40 fälle und 22 leder nein hier in der kiste sind jetzt truhen wo dann gewerbe der so warte man hier ist doch irgendwo dieses scheiß fisch hey du scheiß gemse man warte da ist eine gemse am so stellvertrag und sie fällt ins wasser ich muss unter wasser häuten alles klar eine werkbank hast du nicht gebaut ne noch nicht dann mache ich mich mal irgendwie ran du kannst auch bauen ja am anfang sind die viecher viel zu schnell so jetzt habe ich knochen ich hab dir was kann ich dir bieten ich kann dir bieten vier vier gemse rippen ja schon angenehm so stocks rein geht stocks nicht rein hallo doch stocks geht rein das rein das rein und aktivieren das brauche ich hier die auf der vier diese ausdauer das ist irgendwie nervt oh ja wo bin ich ausdauer hier oh ja knochenpfeile brauche ich viel mehr knochen dann baue ich jetzt zuerst wieder ein paar steinpfeile so 100 stück was brauche ich dafür ganz viel stein ja aber so langsam kommt es wieder so ich habe jetzt zwei oxy steinplätze abgebaut so gesehen und lege ich dann deine truhe ne wow inventar fall hit ich habe wolf aaaah sehr gut wo ist er ich habe den nicht getriggert anschein wo ist der wolf wo ist das tot hier wo ist dieses hundi er rennt weg ok bei mir ja wo heißt bei mir äh 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 gute frage nächste sache scheiße es kommt noch ein zweiter oh oh ich renne zur base ausdauer weg na toll also warte mal ich mach mal ein paar steinpfeile wo bist du bei der base der typ ist tot oh nice aber ich bin auch gleich am arsch dann frisst was dann passt das schon wir müssen pennen pennen halt ja aber was willst du um 11 Uhr pennen äh ich kann nicht mal betten herstellen ich habe zu wenig fälle ja dafür bräuchten wir einen hasen leder hatte ich genügend aber fälle hat ne 30 fälle fehlen na scheiße wumms 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 so wie viel holz habe ich jetzt mittlerweile wieder 100 das reicht für knapp 1-2 dächer oh mein gott ähm wie wäre es mit fische ja das geht auch also zum essen wo ist der wolf ich habe doch einen wolf gehört ja 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 rohe fische ich habe schon 3 rohe fische wie jetzt so ich habe einen hasen getötet töte 10 hasen habe ich jetzt erhalten und die hat ein knochen ein fleisch ein pfeil wow woher kommen die fische jetzt alle oh oh die greifen an ne nö aber irgendwie was aufgesammelt von den fischen ja das ist easy going fische gell ja man darf sie aber nicht davon fressen lassen weil dann hat man echte drei minuten lang ähm gesundheitsprobleme also dieser rücken ne du kannst ja ähm du kannst ja äh verbände 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 verbandsmaterial verbandsmaterial machen so für eine sekunde heilt das ding für eine sekunde heilt das ding so dächer ja wann hat jetzt nichts gebracht habe ich gesagt zwei vergiftung ich müsste die vergiftung stoppen die frage ist also wie Alchemie Alchemie ja brauchst du mal ein baumherz oder woher wo soll man dann wieder baumherz herkriegen äh das kriegt man später dann ja eben später das ist das große rätsel und problem eins hundert eine minute und 125 sekunden was ist das für eine komische angabe gekocht der fisch junge was soll ich mir die ganzen ressourcen anstellen oh ich habe den Hirsch getroffen da hinten sind ganz viele hirsche der hase schwimmt im wasser jetzt nicht mehr jetzt schwimmt er nirgendswo mehr hin wo ist mein messer hin da warum habe ich das messer abgegeben so hase hast du ein fell nein für knochenmesser brauche ich holz ok seems interesting äh essen in den Troen zu ladern ist das klug nein lieber bei den Feuerstern hallo Baumstamm kannst du mal gut scheißvieh die großen Hirsche ich hab sie ich hab sie getroffen der kommt zurück ja ich hab äh ich wollte mit äh mit treffen sind die jetzt in unser Haus hallo das sei doch witzig da hinten ich seh es hallo wo sind sie ja ich hab keine Pfeile mehr ich hab keine Haustorbe mehr brauchst du Pfeile du ich hab jetzt einen Hirsch ja Wolf kommt zu dir Headshot ich bring dir ein paar Pfeile mit sieben Fälle hat der Wolf gegeben ich hab keinen Haustorbe was ist denn los ähm Stapelteilen Till hier oh perfekt wow 50 super oh warte mal hier ist ein Hirsch warte 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 bitte nein du hast ihn verscheucht hat aber geblutet du kannst das Blut was am Boden ist hast du schon gemerkt anklicken und dann wird die ungefähr Richtung angezeigt wo der hingelatscht ist wenn du Blut irgendwo auf dem Boden siehst wenn man ihn getroffen hat ok wenn nicht dann naja wusste ich nicht krass hab ich jetzt vorhin rausgefunden den herrscht da hinten den hole ich mir ah das ist ein Wolf ah ne ne Gämse wow ich hab die Gämse getroffen im Stealth Modus gut gut wie viel gibt die mir ein Fell aber 24 Leder ja das heißt wir können wir können äh better better betten machen ja ich hoffe es doch Junge ich hab jetzt 8 Fische bis zum nächsten Mal